Uns und die Anzahl wächst, wächst und wächst. Wir haben jetzt ganz viele Sprachen zum Übersetzen. Das heißt, Sie können Ihre Teams von allen Ländern her einladen und wir werden auch dieses Webinar heute speichern und dann online zugänglich machen auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Und es ist die höchste Zeit. Daisy Token Pre-Sale ist jetzt vor Verkauf, startet jetzt live und es ist sehr schön, dass ich Sie alle jetzt sehe. Edward, hallo, hallo. Da hast du ganz Schönes hinter deinem Rücken. Ja, danke. Ja, die haben die besten Unterlagen dabei. Und Iria ist jetzt in Thailand und das ist auch ausgezeichnet und das ist sehr gut. Wir haben einen kurzen Webinar heute online. Wie gesagt, wir werden Ihnen die ersten Token Packs, die live online verkauft werden, gleich zeigen online und Sie werden es gleich sehen. Edward, also das ist ein Teil von Roadmap und die meisten wissen darüber und wir haben jetzt das auch schon diskutiert. Ein Jahr vorher, vor zehn Monaten, haben wir das gestartet. Wir haben die Zentralisierung, Crowdfunding als ein Ökosystem konzipiert und jetzt ist schon die höchste Zeit. Ja, wir haben so lange darauf gewartet. Aber Jeremy, wiederum, wenn wir im August, September Daisy letztes Jahres besprochen haben, wir haben gewusst, dass wir Daisy Token haben werden. Wir wollten eine Community machen, nicht wie andere Projekte, die zuerst keine Community haben. Wir haben unsere Community schon. Ja, und das ist 100% real und ausgezeichnet. Das, was wir jetzt machen. Ja, sehen Sie? Hallo, meine Tochter ist da. Meine Tochter, ja, sie ist auch, sie erfüllt sich auch auf die Daisy Tokens. Und wiederum, naja, wir wollen real bleiben und real werden und das haben wir erzielt, integriert und unsere Vision von Daisy ist dabei. Alles, was wir machen, ist für eine lange Zeit, ist zu sehen und das, was wir machen, diese Menge von Projekten aufgrund von Blockchain als ein Crowdfunding-Plattform, das ist ganz wichtig für die Business, für die Geschäftsleute, damit wir das starten. Und das hat wirklich ganz viel Zeit genommen, aber die Zeit ist jetzt schon, wir haben Timing und alles geht in diese Richtung. Also, gut, wir haben jetzt ungefähr 5000 Menschen und ich denke, ja, in unserem Raum ist es möglich, nur 5000 online im Zoom zu haben. Aber die anderen können jetzt YouTube-Kanal benutzen und da können Millionen das tun wirklich und das ist auch gezeichnet. Also, Edward, ich denke, du kannst starten, weil das ist die höchste Zeit für uns und was die Leaders angeht, was die Teams angeht in der ganzen Welt, du hast Kontakt mit allen und alle haben darauf gewartet. Ich denke, die Ehre geht an dir. Was ist Daisy für dich jetzt? Naja, also, eigentlich, ich habe jetzt keine Worte wirklich, weil das ist sehr aufregend. Wir müssen jetzt mit Daisy-Token starten und dieser Start, ich weiß nicht, was die Menschen wissen, ob das alle wissen oder nicht, es gibt Short-Tank, ein Programm, ich denke, viele kennen dieses Programm und es gibt diese verschiedene Ideen, es gibt verschiedene Pitchen, da Investoren, auch die wichtigsten Investoren der Welt, die machen Pitching von ihren Ideen und sie wählen, was und womit kann man da arbeiten. Und das hier ist unsere Plattform, unsere Plattform ist fast dasselbe, für Krypto aber, und das ist ja fast dasselbe. Und das ist das leichteste, wie wir das vorstellen können, wo ist das Ziel von Daisy? Ja, wiederum, ich höre mich, wie ich jetzt spreche, aber das ist das Wichtigste, ist, ich will es allen erzählen. Short-Tank. Short-Tank ist Daisy-TCO, die sind fast gleich, aber Daisy arbeitet mit Krypto. Und eigentlich, wir haben ganz viel Arbeit gemacht. Wir waren ganz, ganz dicht mit Arbeit und ich kommuniziere jetzt mit den Menschen, die arbeiten hinter der Plattform, mit Alex zum Beispiel. Alex, du hast uns ganz, ganz viel unterstützt. Und Jeremy, wir warten auf dich dann. Ja, und noch etwas dazu. Ich musste jetzt dem Telegram-Kanal jetzt einen Link auf YouTube live geben und das kann man im Telegram nachsuchen. Und wenn Sie jetzt im Zoom zuhören und im Englischen hören und wenn Sie wollen, da können Sie einfach auf YouTube gehen, da können Sie Raum für die geben, die nur live in Zoom das machen können. Wenn Sie jetzt in Zoom sind und wenn Sie jetzt das wirklich leicht für sich sehen, dass Sie es durch YouTube ansehen, dann wäre es ausgezeichnet. Da können Sie einen Link in Telegram wählen, damit wir mehr Menschen für Live-Übersetzung in Zoom einladen könnten. Also da können Sie einfach Ihren Platz wechseln. Und eigentlich, ich kann Ihnen sagen, wir machen jetzt alle, wir speichern jetzt alle Übersetzungen. Das heißt, wenn Sie aus Korea kommen, aus Japan, da können Sie in einigen Stunden das zuhören. Wirklich nicht live, aber in einigen Stunden wird alles zugänglich auf YouTube. Nicht jede Person wird etwas verpassen. Also wir haben einen Link in Telegram. Das heißt, wenn Sie jetzt Zoom nicht brauchen, da können Sie einfach YouTube benutzen. Dann senden Sie bitte dieses Link an Ihr Team, damit alle auf YouTube kommen und Rock'n'Roll. Also dann machen wir das live. Ich werde jetzt meinen Bildschirm zeigen und wir machen das kurz und gut, deutlich und deutsch. Und es gibt vieles Interessantes. Also machen wir das gleich. Bereit sein? Daisy-Geschichte. Hast jetzt begonnen. Daisy. Also, wir beginnen tief. Daisy Presale. Und dann sprechen wir zuerst von Bedingungen für Daisy-Vorverkauf. Was muss man machen, damit man damit beteiligt wird? Also erstens, jeder, der vor dem Presale ein Daisy-Mitglied ist, also jeder bis jetzt, bis 10 O'clock UTC-Zeit, kann teilnehmen. Punkt. Das ist Prozess. Das ist Prozess. Man fragt, was brauche ich? Also das ist nur das Einzige. Wenn Sie ein Daisy-Mitglied sind, jetzt haben Sie Zugang zu Presale. Was müssen Sie tun? Alles, was Sie brauchen, ist ein Wallet, das mindestens mit Stufe 1 in Daisy registriert ist. Also wenn Sie ein Wallet in Daisy haben, das registriert ist, heute können Sie bei Daisy Presale teilnehmen. Es gibt keine anderen Anforderungen. Ich denke, das antwortet auf alle Fragen. Keine anderen Anforderungen. Das heißt, gehen Sie bitte auf daisypresale.com auf die gleiche Weise wie auf daisy.global. Das haben Sie schon geschafft. Und Sie werden automatisch mit Ihrem Wallet eingeloggt. Und Sie können gleich kaufen. Das heißt, Ihr Wallet in Daisy wird automatisch eingeloggt, gesehen. Und unser Backoffice kauft, zeigt, wie man kaufen kann, wie man Vorverkauf machen. Und eigentlich Vorverkauf und dieses Presale werden wir heute Ihnen live zeigen. Und Sie werden sehen, was wir da erklären. Hoffentlich. Also wir arbeiten mit Drohnen. Das ist auch ganz wichtig. Die Energiekosten für jedes Token-Paket. Sie können bis zu 100 Drohnen betragen. Also, wiederum, Energiekosten für jedes Token-Paket kann nicht mehr als 100 Drohnen betragen. Und in den meisten Fällen wird es etwas weniger sein. Das heißt, 70 bis 80 Drohnen. Aber es kann Maximum 100 Drohnen kosten. Das bezieht sich auf Ihre Position, auf Ihre Organisation, auf verschiedene Smart-Kontrakte. Das heißt, besser haben Sie 100 Drohnen in Ihrem Wallet, damit Sie kaufen können, damit Sie Token-Paks kaufen können. Und wenn Sie also weniger als 100 Drohnen haben, dann bitte kontrollieren Sie das. Das ist ganz simpel. Und es gibt auch die initielle Aktivation von USDT-Wallet. Und das kostet so ungefähr 5 Drohnen. Das heißt, ganz simpel, auf Ihr erstes Kauf, auf Aktivierung und auf Zugang. Diese Zugangstransaktion braucht weniger als 5 Drohnen. Das heißt, wenigstens 5 Drohnen dafür, für Ihren erstes Kauf brauchen Sie. Und 100 Drohnen so ungefähr. Und jedes Paket für Token, dann bitte sehen Sie, dass Sie 100 Drohnen für jedes Token-Paket haben. Also, Vorverkaufszeiträume. Während der ersten 12 Stunden kann jedes DAISY-Mitglied eine Stufe 1 Token-Paket kaufen. Das heißt, jeder Mitglied von DAISY, der ist schon registriert. Das heißt, wenn Sie registriert sind, dann haben Sie wenigstens Stufe 1 Registrierung bei DAISY. Und jedes DAISY-Mitglied kann im Laufe von den ersten 12 Stunden Stufe 1 100 USDT Token-Paket kaufen. Es wird in den nächsten 12 Stunden, also noch eine Möglichkeit für DAISY-Mitglieder zu kaufen. Das heißt, dass DAISY-Mitglieder der Stufe 1 bis 5, Sie können Token-Paket kaufen von 1 bis 5 in den nächsten 12 Stunden, nach den 12 Stunden die ersten waren. Und danach, es wird 48 Stunden geben, in denen die Stufe 1 bis 10 Mitglieder können Token-Paks 1 bis 10 kaufen. Das heißt, nach den ersten 24 Stunden können dann alle Stufen teilnehmen und Token-Paks 1 bis 10 kaufen. Das heißt, damit Sie verstehen, Sie können jedes Level, jede Stufe von Token-Paks kaufen. Das heißt, wenn Sie Stufe 1 sind, dann werden Sie auch möglich Token-Paks für Ebene 1 bis 5 kaufen. Und schließlich, nach Ablauf der 12 Stunden für Stufe 1, der 12 Stunden für Stufe 1 bis 5 und der 48 Stunden für Stufe 1 bis 10, wird es eine offene Runde von 72 Stunden geben. Das heißt, in den letzten 72 Stunden von Pre-Sale spielt es keine Rolle, auf welcher Stufe Sie sind. Stufe 1 kann es für Sie, alle Stufen. Sie können ganz verschiedene Token-Paks kaufen. Das heißt, wenn Sie ein Mitglied von Stufe 1 sind, in dem finalen Round, da können Sie 10 Stufe 1 Token-Paks kaufen. Wenn Sie Stufe 10 Mitglied sind und Sie kommen ein und wollen 10 Stufe Paks kaufen, da können Sie ganz viele davon kaufen. Es gibt keine Limite. Das heißt, in den letzten 72 Stunden wird es ein offenes Wind und für alle Mitglieder sein. Und das ist auch eine neue Information. Und bitte Achtung, im Laufe von diesem offenen Round, es spielt keine Rolle, wenn Sie für diese registriert haben. Das heißt, jemand kann heute registriert werden oder auch morgen oder, weiß ich nicht, am Samstag oder am Sonntag registrieren. Und eigentlich, die nehmen teil an den letzten 72 Stunden an dem finalen Round. Das heißt, der finale und Round von Pre-Sale ist nicht limitiert für die, die heute registriert werden. Jede können sich heute Morgen, übermorgen registrieren und in den letzten 72 Stunden vom offenen Round teilnehmen. Das heißt, jeder Mitglied kann ohne Limite Token-Paks kaufen auf der Ebene ihrer Stufe. Und alle, die mit DAISY auch mitspielen, können auch in diesem Round von 72 Stunden teilnehmen. Dieses Pre-Sale wird automatisch ein sein, wenn die 75 Millionen verkauft werden. Und sie beginnen automatisch. Das heißt, jede Vorverkaufsrunde endet automatisch, wenn sie 75 Millionen Token für diese Runde ausverkauft sind. Das heißt, dass, wenn wir live gehen und wir offenen Stufe 1, nach den 12 Stunden wird die Ebene, die Stufe 1 bis 5 geöffnet. Und nachdem die 10 USDT-Points werden ausverkauft, also wenn wir 75 Millionen Tokens in diesem Round verkaufen, dann gleich wird ein neuer Round starten. Und das werden Sie in Ihrem Backoffice sehen. In einem Moment werden wir das zeigen. Aber hoffentlich habe ich alle Fragen geantwortet, was die ersten 12 Stunden angeht. Das heißt, in den ersten 12 Stunden haben Sie äquale, gleiche Möglichkeiten, um alle diese Token-Packages zu kaufen. Und die nächsten 12 Stunden, die Stufe 1 bis 5, können einkommen und kaufen. Und in den nächsten 48 Stunden die Stufe 1 bis 10 können kaufen. Und in den letzten 5 von 72 Stunden können alle jeweilige Packages kaufen. Und das heißt, nach dem nächsten Round wird der erste Round geschlossen. Und es gab auch Informationen vom brandneuen Juli-Spillover-Maker-Token-Pool. Und es startet heute, jetzt, heute ein neues Juli-Spillover-Maker-Token-Pool. Das heißt, altes Spillover-Maker ist schon vorher. Wenn Sie damit Geld gemacht haben, dann meine Gratulierungen. Sie haben das geschafft. Und die Tausende von Menschen, die haben daran teilgenommen, am ersten Bonus-Pool. Aber von heute, vom 1. Juli, live, schon live, bis zum 31. Juli, also bis 11.59 Uhr am Abend UTC-Zeit. Jede Teilnehmer an DAISY und die Kontribution von 1.000 USDT haben, die bekommen einen Anteil am zweiten Bonus-Pool. Und wir nehmen diese 10 Millionen DAISY-Tokens in diesem Bonus-Pool, wie beim Paysetter Leadership-Pool und wie bei dem Regional Bonus-Pool. Wir nehmen diese 10 Millionen DAISY-Tokens, die addiert in diesem Bonus-Pool werden. Und nur für die, die sich qualifiziert haben in Juli, das heißt, alle, die Sie referiert haben und kontaktiert haben im Juni, die werden nicht gezählt. Aber das, was Sie im Juli machen, startet von heute bis zum 31. Juli. Und das ist wirklich ausgezeichnet, weil viele von Ihnen, Sie schreiben auch an uns und Sie machen sich auf die neue Reise mit diesen Shares, mit diesen Teilen. Es gab Cut-Off vor einigen Stunden, also beim UTC-Zeit um Null. Das heißt, in den letzten Stunden bekommen Sie schon Kredite für einen neuen Bonus-Pool und Sie bekommen weiter die Kredite durch Juli in diesem Monat und Sie können natürlich eine nicht limitierte Anzahl von Anteilen bekommen, wie immer. Und das ist eine große Möglichkeit für alle, die dabei sind und auch für alle. Also der 10 Millionen DAISY-Tokens-Bonus-Pool für Paysetter-Gold geht im Juli weiter und qualifizieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen für Paysetter-Gold, um einen Anteil zu verdienen. Das ist auch uns gezeichnet, 10 Millionen Tokens, das heißt, es gibt weniger als 500 Paysetter-Gold, aber bis Ende von Juli, wenn Sie im Rahmen von Ihren 30-Tage-Periode sind, das heißt, Sie bleiben im Rahmen von 30 Tagen-Periode, Sie können heute auch starten. Und in den nächsten 30 Tagen, Sie nehmen teil an Paysetter-Gold und Bonus-Pool und das dauert bis zum Juli 31. Und dasselbe für Leadership-Bonus-Pool, das heißt, wenn Sie einen Anteil, also von allen Anteilen, die Sie gemacht haben bis zum Ende von Juli, Sie werden auch teilnehmen an dem Paysetter-Leadership-Bonus-Pool, wo wir 10 Millionen DAISY-Tokens haben. Das heißt, jetzt gibt es weniger als 100 Menschen, die sich qualifiziert dafür haben, das heißt, weniger als 100 Anteilen wurden gemacht hier im Paysetter-Leadership-Pool und das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für 100.000 Tokens pro Anteil und das ist was, was wir eigentlich da für uns sehen und das ist Ihre Möglichkeit, dieses Anteil zwischen heute und Ende von Juli für sich zu machen, zu ergattern. Das ist eine große Möglichkeit und wir wollen auch noch dazu sagen, dass am Ende von September, und die Details werden wir etwas später sagen, aber am Ende September werden wir dieses Leadership-Event haben, das erste. Das heißt, wenn Sie als Paysetter Gold qualifizieren oder als Leader Paysetter bis zum Ende von August, dann sind Sie eingeladen für Leadership-Event in Dubai am Ende von September. Das kann ich Ihnen sagen, wir planen das, wir machen ein Think Tank jetzt und wir denken nach und Brainstorm ist jetzt und es wird ausgezeichnet sein. Wir werden ein IP-Event sehen, machen nur für Leaders und wir werden so viel Fun haben, das sind ganz viele Verwunderungen, die es da gibt. Und das wird wirklich eine Chance sein für uns als Team von Leaders und da können wir wirklich Daisy auf die nächste Ebene, auf die nächste Stufe nehmen für diese Billiarde von Dollars, für die neue Kategorie. Und das wird wirklich nur für Leadership dabei sein und das wird Basis sein für das, was weiterkommt mit Daisy. Und meine liebe Freunde, es wird ganz viele Gäste dabei sein und sie werden eine glänzende Möglichkeit sehen, die Teams von Endotech zu sehen, die Developers von Daisy TCO-Plattformen dabei, Gespräche dort führen und es gibt diese Daisy-Token-Developers und es gibt ganz viel, ganz viel Interessantes dabei. Und nach 90 Tagen, also etwa im Jänner 2022, werden wir unser erstes internationales Daisy-Summit facilitieren und wirklich, das wird etwas Ausgezeichnetes sein, Massives, mehr als 10.000 Menschen werden dabei sein und das wird das erste offizielle Daisy-Event sein, auf der internationalen Summit-Ebene sein. Und wir werden das ausgezeichnet machen, das wird spektakulär sein und es gibt ganz vieles, das geplant wurde in unserem Pipeline und wie wir immer sagen, wir haben jetzt nur begonnen und also ich habe ganz vieles gesagt, also gehen Sie bitte live das, was wir machen. Wir werden jetzt das erste Daisy-Token-Package verkaufen und also bevor wir das machen, wenn Sie heute Ihr Daisy-Token-Package kaufen und wir wollen alle Sie einladen, damit Sie auf CoinMarketCap kommen, geben Sie Daisy-Louchpad in die Suchleiste ein und klicken Sie auf den Watchlist-Stern. Das nimmt nur 30 Sekunden, um ein Konto zu erstellen und nachdem Sie geklickt haben und dann bekommen wir noch ganz viel Wachstum, bevor August, bevor alles publiziert wird im August. Wir werden einen Support, eine Unterstützung für Daisy-Louch machen. Also jeder Teilnehmer von Daisy-Community kann uns dabei helfen. Wir können noch mehr Informationen für Daisy damit helfen und bitte gehen Sie auf CoinMarketCap.com und klicken Sie auf den Watchlist-Stern für Daisy-Louchpad. Also ich mache jetzt einen kurzen Stopp und dann werde ich mein Telefon jetzt zeigen online und was machen wir jetzt? Wir kaufen jetzt gleich das erste Daisy-Token-Package. Hoffentlich sind Sie bereit. So sieht es aus. Also das ist mein Screen, also mein Thron-Link jetzt zuerst, dann öffne ich das und dann gehe ich zu unserem Test-Account. Das war spezifisch für unseren Test-Test gemacht. Also geklickt habe ich schon. Hier bin ich in meinem Account, dann öffne ich meinen Browser. Im Browser gehen wir vorhin, ja, nach Daisy-Presale.com. Also gehe wählt. Und da sehen Sie gleich, hundertprozentig, Sie sind im Back-Office und Sie nehmen, Sie sehen jetzt mein Username, Token-Test-Wallet und Sie sehen jetzt Tier 2, das heißt Level 2, Stufe 2 im Daisy. Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, dass wir sind automatisch eingeloggt und Sie sehen hier ganz viele Informationen, also Countdown-Timer. Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen 12 Stunden und 34 Minuten, 3, 2, 1 und 40 Sekunden für diese Ebene 1 und dann sehen Sie weiter das, was nicht geloggt wird. Und alles das ist auf dem Platz. Ich denke, die haben jetzt schon verstanden, dass wir live sind. Okay, ich mache jetzt das, einen Moment, damit die Welt mein Passwort nicht sieht, mache ich das noch einmal ein Anloggen, weil das System hat gesehen, dass wir online sind. Also Bearbeitung Bearbeitung Und wir haben auch gesagt, dass wir online sind und die Menschen sehen, dass unsere Webseite live ist und schon 2% sind schon gekauft. Und das ist wirklich sehr interessant. Das heißt, wir haben zwei Minuten schon, aber das Erste, Sie müssen Klick machen bei, also kaufen, das wird 60 Sekunden von Blockchain geprozesset und es dauert schon und und wir sehen schon die ersten Käufer. Ja, wenn du live bist und und wenn die Tausende von Menschen dabei sitzen und gucken, dann dauert es. und wir können jetzt und wir können jetzt und wir können jetzt jetzt kaufe ich daisy package und es ist ganz wichtig und Sie werden das in einem Moment sehen, wenn Sie klicken auf buy the daisy package, Sie müssen Ihre Tokens öffnen. Das heißt, Sie müssen Ihre Tokens auch benutzen, aber zuerst müssen Sie dieses Unlock wählen und wir werden das zeigen. Sehen Sie, zwei Millionen von Tokens sind verkauft und wir haben noch unser Webinar nicht geschlossen. Bitte keine Ängste, Sie werden nichts verpassen. Deshalb haben wir ein Fenster von zwölf Stunden, damit alle bekommen ihre Möglichkeit teilzunehmen. Sie werden nichts verpassen, sicherlich. Und wiederum auf dieser Webseite werden Sie alles sehen, also Timer, Counter, alle Round, das, was auf uns wartet. Sie werden sehen, wie viele Tokens hat man gekauft. Dann sehen Sie, wie viele Tokens Sie haben. Und ich denke, das ist abgefahren, wirklich, dass wir jetzt das alles tun können. Ja, schon fürs zweite Mal. Ja, eben. Eigentlich, Sie müssen immer wieder warten, wenn etwas geprozesst wird, weil diese Prozesse müssen ununterbrochen laufen. Das heißt, Ihr Bildschirm nicht schließen. Und Sie haben das gekauft, also 1.000 Daisy Tokens sind dabei und ich muss jetzt Unlock machen. Das heißt, das Letzte, was ich tun muss, ich muss einen Unlock-Mode für meine Tokens wählen. Sonst geht es nicht. Also wiederum mein Passwort muss ich jetzt eingeben. Und jetzt zeige ich etwas Cooles wirklich. Wenn wir dieses Prozess schon gemacht haben, nachdem das schon gemacht ist. Und bitte keine Ängste. Sie werden Ihren Round nicht verpassen. Es gibt ganz viele Tokens, es gibt ganz viel Zeit und wir sind fast jetzt schon fertig. Noch drei Minuten dauert das und da können Sie gleich starten. Eigentlich, ich habe jetzt ganz keine Worte, weil ich bin genervt, wirklich, wenn ich meine Slides zeige. Das passiert ab und zu. Aber Hauptsache, es läuft. Und Sie sehen, es gibt eine Option, kaufen, Stufe 2 kaufen und da steht es, in zwölf Stunden können Sie das wiederum machen. Das heißt, in zwölf Stunden gehe ich zurück und da kann ich Stufe 2 kaufen. Ich schließe jetzt das und noch einige Momente und ich werde meinen Computer jetzt noch einmal Bildschirm teilen und ich will Ihnen zeigen, wie es arbeitet eigentlich, wie viele Kräfte darin sind. Also ich gehe jetzt zu Tronscan und ich wähle mein Wallet, durch das ich jetzt diese Transaktion gekauft habe. Und Sie sehen, es ist die Transaktion USDT eingenommen und der Kauf ist hier. Und dabei kann ich sehen, wo ich meine Tokens geöffnet habe. Also wiederum Transaktion zeige ich Ihnen und meine lieben Freunde, da sehen Sie, Smart Contract, Blockchain, alles wurde schon gekauft. und Sie sehen hier alle Boni gleich, wie immer, wie bei Daisy, hundertprozentig. Wenn Sie hier im Log sehen, da sehen Sie, dass zehn Generationen sind gekauft und gegeben. Also zehn Generationen, die wurden gekauft, keine Qualifikationen für Stufe 1 und gleich, gleich, was bekommen wir in der ganzen Welt? Die Rewards werden hundertprozentig durch dieses Kontrakt auf Blockchain gekauft. Meine lieben Freunde, das ist Daisy, so arbeitet das. Und eigentlich, ich bin sehr stolz jetzt auf Daisy. Sie wissen, welche Challenges wir gehabt haben in unserem Round. Und wir haben Launch immer wieder befristet, es gab Crash von Plattformen, aber meine lieben Freunde, wir haben wirklich das beste Team von Experten Alex, Maria und das Team, das mit der Erarbeitung von dieser Plattform gearbeitet hatte. Wir sind live und Sie können jetzt zu daisypresale.com gehen und Sie können Ihre ersten Daisy Token Packs kaufen. Evan Ilia, also was sagen Sie dazu? Jeremy, das ist abgefahren, das du gezeigt hast. Es arbeitet gut und alle lieben das. Und eigentlich, bevor du etwas gekauft hast, sie haben mir auch gesendet. Ja, ich habe das schon gekauft. Ist es live schon? Das war wirklich ein Wunder für alle. Und wir haben gesagt, das erste waren elf UTC-Zeit, aber etwas früher haben wir das gelauncht. Jeremy, wiederum, wir müssen sagen, wir haben viel Zeit für alle. Man muss nicht laufen, nicht Hals über Kopf laufen. Also für die erste Stufe haben Sie eine Möglichkeit zu verstehen, wie man das macht. Wenn Sie Probleme haben, was Sprache angeht oder etwas Ähnliches, da können Sie Screenshots anschauen oder dieses Broadcast noch einmal anschauen. Aber das geht. Sie können die jeweilige Anzahl von Tokens kaufen für Ihre Qualifikation. Das heißt nicht Hals über Kopf rennen, aber Prozess mit Prozess sich genießen. Und Ilja, wiederum, ich denke, die Übersetzungen von diesem Webinar werden heute fast gleich gegeben und auf YouTube zugänglich sein. Ja, natürlich. Auf diesem offiziellen YouTube-Kanal haben Sie alle Übersetzungen in neun Sprachen. Das heißt, Sie werden das zuhören. Aber für Rendering brauchen wir noch etwas, gewisse Zeit, einige Stunden sicherlich, aber in einigen Stunden. Und ganz schnell machen wir das. Edward, bitte, bitte. Ich habe jetzt ein SMS bekommen. Ich will das erste kaufen. Ich will meine erste Packung kaufen. Also, wenn die Menschen das kaufen, wie Jeremy, wie du gesagt hast, sie müssen dieses Processing nicht unterbrechen. Es dauert etwas. Das ist keine Frage. Das ist kein Problem. Das ist so. Das System arbeitet auf diese Weise. Ich denke, die Menschen sind bereit, zu gehen, zu kaufen. Und wir brauchen jetzt nichts dazu zu sagen, wirklich. Das Einzige ist, wir sind wirklich glücklich. Und wiederum, wir sind stolz auf unser Launch, auf das, was wir im Jänner gemacht haben, auf das, was wir jetzt gemacht haben und unsere berufliche Gruppe wächst. Und wirklich, ich bin sehr stolz auf unsere Community. Und zu guter Letzt will ich mal sagen, Sie, Sie, die uns jetzt zuhören, Sie waren mit uns, auch in den herben Zeiten. Und wenn wir die Phase 2 annoncieren, die Leaders, die auf dem Board sind, die das Projekt unterstützen, die jetzt unser Webinar unterstützen, wir haben so Community-Sache hier. Ich kann sagen, wir lieben euch. Wir lieben sie als Community, als ein Team. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gemeinsam jetzt und bleiben. Und das ist eine glänzende Möglichkeit für uns. Und das ist wirklich ein Fest für uns. Also, Sie können jetzt Ihre ersten Token-Package kaufen. Also, danke, danke, vielen Dank, liebe Freunde. und das ist eine glänzende Token-Package. Vielen Dank.